also so auf ein nächstes fällen jetzt lass mich ach ich dachte jetzt komm ich ja so ist es es ist mich verdammt mich treffen die dinger ja auch immer direkt in die ins gesicht ins gesicht treffen nämlich ich hab keinen bock mehr so also ich hätte gerne dass du hier ein bisschen freiräum ist weil ich kann da noch nicht ganz so viel machen der ballert auf mich herum stimmt die bringt echt nix ich habe das mit kasse vor den kopf na die sind ganz gut glaube ich ging gegen die gegenseitig man sieht hier unten die bruchstellen die soll bruchstellen von der decke da sind keller die kann ich nicht gebrauchen und gar nicht gebrauchen explosions klamotten die kommen hier auf den tisch die kommen hier auf den tisch die kommen hier auf den tisch und er sprengt natürlich genau in die zombies sein weil er hat ja auch krisen ja mache ich auch genau hier nein mache ich nicht ich habe hier ja hier rückt gerade ein bisschen grün erst mal alle benutzen du bist der typ mit dem hammer den hammer will ich haben ich merke wie sieht das denn so lebensmäßig mit dir aus also du hast ich habe noch mal den queen alter kommen viele grün in der mitte in der mitte ich habe ich habe ich habe den fisch ich habe den fisch möchte was haben ich habe ja auch mal oder willst du nicht noch mal weil das wird alles auf hier liegt doch in der küche in keinem Also, äh, theoretisch gesehen wäre ich soweit. Hier unten ist eigentlich relativ viel freigeräumt, äh, in dem Gang. Wann soll ich den jetzt auf einmal haben? Ja. Schön. So. Auer, Grünis. Auer. Durchrollen. Warte mal kurz, bevor wir jetzt anfangen, muss ich aber nochmal was testen. Okay, der Tritt war das. Weißt du auch noch, wie der Tritt ging? Ah, das geht auch? Nee, Schiff und Leertaste ist, äh, stampfen. Nein, nein, das... Schiff und, äh, linke Maustaste. Wenn der wohl irgendeinen bestimmten Move macht. Was für ein Move? Brauchen wir die nochmal? So, du bist hinter dir. Ja, du bist. Du hast alle diese Leute... für Geld. Nach dem alles, was passiert, das ist das, was du denkst? Der Geld ist zweckendär. Wir versuchen, zu retten Leben hier, Schiff. Tretten Leben? Was zur Hölle bist du? Oh, komm mal! Wir haben, wir müssen die notwendigen Schritte machen, um eine konsistente Beziehung zu machen. Wir können nicht die Drücke machen ohne die König, Schiff. Ein viel von die König. Du kannst es für das bedanken, Isabella bedanken. Und T.K. looten die Stadt? Aber das ist nicht um Geld? Er ist weg, die Räume. Er war gut gebeten, für seine Sache. Dann hat er nur gebeten. Seine Arbeit, nicht unsere! Was ist passiert? Keine Angst, Sullivan! Öffne deine Augen, Chuck! Hast du eine Idee, wie viele Menschen in diesem Land sind? Doktor, Politiker, CEO! Einige von unseren Besten der Land sind infectiert! Selbst deine kleine Mädchen, Chuck! Was würde mit deinem kleinen Zeitbombe passieren? Sie hat sie nicht bekommen. Fortune City war ein kleiner Preis für uns für unsere Lande. Du hast diese Leute geschützt! Verzüttelung! Das war nicht die erste Mal, und es wird nicht die letzte Mal! Du wirst! Du hast es gemacht! Du hast auch die Verbreitung des Vagas gemacht, nicht wahr? Du hast meine Frau, zerstört meine Familie! Alles, was wir gemacht haben, ist absolut notwendig! Ich warte jetzt, weil äh Ich kmele mich mal um ihn her. Nein! Jetzt bin ich wieder unten. Ja, ich muss was essen. Hat aber schon funktioniert, ne? Ich hab den schon verhauen. Also, ich räume mich da so um und warte bis der irgendwie was gemacht hat. Jetzt zum Beispiel. Nee, du brauchst wirklich eine Axt. Du brauchst was, was du lange drückst. Ah, er schubst mich an, dann komm mal runter. Ah, warte. Dann müssen wir hier erst mal. Gucken wir jetzt mal, ob hier irgendwas noch liegt. Kannst du mich auch mal in Ruhe lassen? Nicht du. Ich rede eigentlich mit dem Typen. Ja, ich darf eigentlich auch mal wieder was essen. Ja, ich glaub schon. Kannst du mal irgendwie so die reine Aufmerksamkeit von ihm auf dich ziehen, irgendwie wenn er schießt, weil sonst komm ich da irgendwie nicht hoch und das ist kacke. Ja, ich bin hier. Und bin ich schon wieder runtergefallen. Auch nicht, wenn du lange gedrückt hältst, triffst ihn dann auch nicht. Ich hab ihn wieder getroffen. Wir gehen in Ruhe. Scheiße! Hä? Jetzt stehe ich wieder, ganz ganz komisch. Jo. Ich lebe nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir jetzt so viel mit einem Schlag erzieht. Ich erinnere mich an so eine Folge. Ja, gib mir Wodka, ist mir egal. Ich kann mich selber heilen, ich habe nur genug. Ich kann mich nicht gewöhnen. Und ich will mich nicht mehr so weiteren. aber er hat mich jetzt nein das nicht wenn es funktioniert warum nicht das ist ein move das tut mir total leid dass das ist ein move von dem der haut mich sofort aus dem leben das problem meiner ganzen geschichte ist ich liege jetzt oben bei jedem airbox auf mich ein wenn man so möchte ja gut zumindest triggert er dich nicht so lange der mich hier versucht zu verwirren du könntest den wenn du dich theoretisch nicht schlägert den welchen bauch treten und während er dann betäubt ist nicht retten der noch sieht er dich nicht mehr nicht will jetzt kommt er okay okay eine rolle eine rolle zum ja wenn man nicht siehst du ich habe auch wieder vor auf volles leben nicht mehr aber ich hatte volles leben und dann runter scheiße lehmann ja ich auch nicht du hast mein hammer ich bin mein hammer doch so so